Musik 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 Wow Moin moin Meine lieben Supersuchties Ich bin's Mr. Deutsche Der Angry German Lange ist es her Ich bin verschnupft Dies ist die Folge In der ich neu geboren werde Und ich komme Instant mit AIDS Auf die Welt Fick dich Musik Jedenfalls Ich bin zurück Ich versuche, mich ein wenig zurückzuhalten, weil es einige Beschwerden gibt. Nein, es gibt keine Beschwerden, weil... Hurensohn stirbt. Danke. Ja, sauber. Dem Messer ich. LOL. Ja, Mann, sehr gut. Ich weiß, es war eine sehr schlimme Zeit ohne mich, ohne den Angry German. MAAAN. Und ich weiß, ihr braucht eine Gelegenheit, um euren Alltagsstress zu kompensieren. Und das gebe ich euch. In Form meiner Videos. In Form von Angry German. Ah, ja, ist doch klar, ey. BavarianMario, schreib doch Bavarian... Er heißt jetzt nicht Bayern auf Deutsch, ey. Ich habe Grippe. Angry German, Penis. Phil Pri schreit mir. Oh mein Gott. Wer auch immer das ist. Ich habe verdammt lange nicht mehr gespielt. Und das merkt man auch. Meine Fresse, ey. Tschüss. Ja, Mann. Elender Pisser. Der Nächste, ja. Oh Gott, ich habe keinen Lauf. Ich bin gestorben. 4 Kilogramm, 0. Pisser. Oh ja, Rachen, Sperma, Aids und... Oh ja, da ist der erste Teamkill. Und ich bin so episch auf Zack. Ja, Mann. Ja, komm. Oh, wo sind die Gegners? Ja, und ich bin tot von Pontaskiten, ey. Mit der Armbrust. Damit kannst du doch überhaupt nicht zielen, du eländiger Wichser. Junge. Ich muss mich ein bisschen abreagieren von Manhunt. Ich träume nachts davon, wie ich... Ach, ist egal. Ihr wisst, was Manhunt ist und ihr wisst, was anderes ich kann. Oh Gott, Front Russian hat mich umgebracht. Ein Front Russian bringt einen Mr. Deutscher um. Da fühlt man sich doch glatt wie in der Vergangenheit, wa? Spacko, ey. Vier Kilogramms wieder. Du kommst hier um die Ecke. Ja, da ist er. Ja, Headshot. Propabel, ey, du behinderter Ficker, du Lodger. Ja, ist doch klar. Ich hatte nur zwei Kugeln drin, ey. Junge. Dreckscheiße. Oh, mein Kehlkopf, ey. Der tut jetzt schon weh. Spielt man Battlefield, dann ist man dazu gezwungen, die ganze Zeit auszurasten. Hey, Mr. Deutscher, ich bin's Doppelsparten. Konnte bei Battlelog da keinen größeren Namen... Ne, keinen größeren Namen eingeben. Und hi. The funky Doppels... Ach, fick dich. Fick dich. Major Kids, Alter. Angeschwollener Testikel. Ich hab Hodenkrebs. Ich geh zum Arzt. Deine Mutter hat Hodenkrebs, Mann. Wie ist denn die KD? Oh, ich bin so schlecht, ich werd noch nicht mal angezeigt. Ja, komm. Wieder tot, ey. Oh, lo, 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 lo. Ja, komm. Lad in den tippsten Momenten nach, ey. Ach, komm. Ich hab überhaupt kein A mehr, ey. Ich zuck rum, als hätte ich Parkinson, ey. Ja, da hab ich Battlefield gerockt. Battlefield 3, kennt ihr das noch? Nein. Battlefield 5000, das ist aktuell. Du alter Knacker. Alte Schnauze, ey. Natürlich sterbe ich wieder. Darkside8972 sagt Hure. Ja, super. Lass dir vernünftigen Namen einfallen und... Oh, 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 oh. Ja. Ja. Ja, ja. Ich kann doch nicht mal mehr sprechen, ey. Ich hab Dschungelfieber. Hahaha. Oh, lo, 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 lo. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Hallo? Chill doch einfach mal, meine Drecksfickkacktastatur. Ernsthaft? Wenn man so ganz schnell tippt, dann speichert die die Befehle irgendwie und dann lauf ich konstant nach links oder nach rechts, je nachdem, was ich schnell drücke. Learn sprechen Deutsch a little bit, my son. You asshole. You little disgusting jerking of guy. Was auch immer, du sicker. Na? 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 Ja. Ja. Was hier definitiv fehlt, sind ein paar Animationen, wenn die Kugel wirklich den Kopf trifft. Oh, gerülzt. Dass der Kopf natürlich ein wenig von seiner Form verliert. Sprich, die Schädeldecke fliegt weg. Ach, es tut mir leid. Ja? Spawn und stirb. Scheiße, ich bin tot, Mann. Kleiner Fotzenjunge. Dieses Video ist ab 18. Bad Language. Ja, Mann, ey. Das war die erste Angry German Folge, ey. Fick dich. Fick dich, du scheiß dämlicher Blogger. Du brichst mir auch noch um. Komm her, komm her. Meine Fresse, ey. Die vollgekrustete Vagina deiner Mutter, ey. Eigenständiges Leben, Mann. Die schnappt nach allen Penissen, krustet sie fest und saugt dann der Sperma heraus. Ja, und dann fällt der Penis ab. Scheiß Witwe. Bitte stirb. Ja, geil. Doppelkirchen. Oh, ich bin so awesome. Du Hure. Du Hure. Oh, lol. Ich hab dir eine Kugel gegeben. Oh, lol. Ach, komm. Ist doch scheiße, ey. Ganz ehrlich, ich pick mir einen raus, der mir hierher auf die Eier geht. Und diss ihn, ja? Fick dich. Ja, Pech. Ich werde das Pech dissen, ja? Diese Scheiße. Pech. Wie kann man Pech in dem Spiel haben? Meine Fresse, ey. Kann ich gleich Call of Duty spielen, ey. Wie so andere Faggots. Oh, ey. Oh, fick. Spacko, ey. The Penis in der Hand. The Penis in der Hand. Du hast keinen Skill. Fick dich. Da sterbe ich von alten Sangen. Ja, und wir haben gewonnen. Natürlich. Yeah, bam, bam. Sauber. Welchen Platz hab ich denn belegt? Oh, Platz 9 sogar. Ey, hervorragend. Das fängt doch schon mal gut an. Sauber. Killer Shit. Oh, gut. Was machen wir jetzt? Hauen wir ab. Suche ich mir jetzt Mucke aus. Ja, ist Pech dissen, ne? Ist Pech. Scheiße Grippe. Er rüstet aus. Er ist gestorben. Mr. Deutscher in Battlefield. Battlefield 3, 3, 3. Yeah. Er ist gestorben. Dank dem Pech. Immer das Pech. Überall Pech. Immer nur Pech. Pech, Pech. Digga, mies. Yeah. Leider bin ich nun gestorben wegen diesem Pech. Mich so einfach umzubringen fand ich echt ziemlich frech. Das war uns gemein und du bist ein dummes Miststück. Darum personalisiere ich dich, du mieses Pöckstück. Nun bist du ein Mensch für mich. Ich glaube mal, du kennst mich nicht. Frag dann nochmal nach, wenn mein Puller dein Gesicht zerbricht. Ich weiß, das ist hart, aber ist leider auch passiert. Spürst du etwa nicht den Dildo, wie in deinem Arschloch rotiert? Yeah. Ja, das ist gemein und das muss doch auch nicht sein, aber dein Arschloch ist so klein und deshalb muss ich da jetzt rein. Es ist furchtbar furcht und stinkt aus, so schrecklich, oh nein. Ich glaube, ich ziehe meinen Puller wieder raus und lass es sein. Das hätte ich nicht machen sollen, jetzt ist er verschmutzt. Draußen auf der Straße gucken alle Leute unverdutzt. Ich raste jetzt natürlich aus, denn nun stink ich so hart. Hätte ich mal das Pech in Ruhe gelassen, wäre ich noch zart. Er rastet aus, er ist gestorben, Mr. Deutscher in Battlefield. Battlefield 3, 3, 3, yeah. Er ist gestorben, dank dem Pech. Immer das Pech, überall Pech, immer nur Pech, Pech, Pech. Digger mies, yeah. Bis zum nächsten Mal.